Hi, ich bin Mathe-Peter und in dieser Klausuraufgabe sollen wir ein Gebietsintegral lösen. Die Funktion, die integriert wird, ist Cosinus von x plus y. Und das Integrationsgebiet, das ist diese Menge q hier, die laut Aufgabenstellung so ein Rechteck sein soll, mit x-Werten von 0 bis Pi Viertel und y-Werten von 0 bis Pi Halber. Am besten wir schreiben dieses Gebietsintegral erstmal als das auf, was es eigentlich ist. Ein Doppelintegral, denn wir haben ja hier auch zwei Differenziale. Nach x und nach y soll integriert werden. Dieses dx, y, was hier steht, das bedeutet zum einen, dass wir hier zwei Integrale haben, nach x und y. Zum anderen bedeutet es aber auch, dass die Integrationsreihenfolge uns selbst überlassen ist. Ob wir zuerst nach x integrieren und dann nach y, oder ob wir zuerst nach y integrieren und dann nach x. Vollkommen egal, das können wir uns aussuchen. Es kommt immer das gleiche Ergebnis bei raus. Tatsächlich ist es aber manchmal so, dass es schlau ist, sich für eine der beiden Reihenfolgen zu entscheiden, weil dadurch die Integrale plötzlich leichter zu lösen sind oder überhaupt mit den gewohnten Integrationsstrategien lösbar sind. Hier ist es aber vollkommen egal, denn die Funktion, die wir integrieren sollen, Cosinus von x plus y, da benutzen wir sowohl bei der Integration nach x als auch bei der Integration nach y dieselbe Integrationsstrategie. Und auch die Integrationsgrenzen sind jeweils konstante Zahlen. Das heißt, wenn ich hier die Reihenfolge der Differenziale vertausche, dann wird sich einfach nur hier auch die Reihenfolge der Integrationsgrenzen von den beiden Integralen vertauschen. Das heißt, da es vollkommen egal ist, kann ich auch einfach festlegen, ich integriere erst nach x und dann nach y. Wenn ich das allerdings so aufschreibe, dann muss das innere Integral die x-Grenzen haben, von x gleich 0 bis x gleich Pi Viertel. Und das äußere Integral, das hat dann die y-Grenzen, von y gleich 0 bis y gleich Pi Halve. Und wie bei jedem Doppelintegral arbeiten wir von innen nach außen. Das heißt, wir lösen erst das innere Integral und wenn wir damit fertig sind, dann kümmern wir uns um das äußere Integral. Was aber auch bedeutet, dass dieses äußere Integral erstmal einfach so stehen bleibt und sich ganz in Ruhe anschaut, was das innere Integral dort eigentlich macht. So, wir müssen uns einfach nur noch fragen, was ist der Cosinus integriert? Und keine Sorge bezüglich dieses y hier, da wir nach x integrieren, ist das y wie eine konstante Zahl. Als ob dort stehen würde, plus 1 oder plus 5. Ob dort plus y steht, egal. Wir integrieren ganz standardmäßig nach x. Und der Cosinus integriert, da könntest du zum Beispiel dich auch fragen, was du ableiten musst, um auf Cosinus zu kommen. So mache ich das gerne. Damit ich mir merke, okay, Sinus abgeleitet ist Cosinus und demzufolge ist Cosinus integriert, wieder der Sinus. Laut der Regel für lineares Integrieren gilt jetzt, dass die inneren linearen Funktionen hier, dieses x plus y, unverändert stehen bleiben. Die Regel für lineares Integrieren besagt jetzt aber auch noch, dass wir den Kehrwert der inneren Ableitung hier als Faktor nach vorne schreiben müssen. Die Ableitung davon ist 1, der Kehrwert bleibt 1 und mal 1 schreibe ich aber nicht. Schau dir aber auch gern nochmal die Videos zur Regel für lineares Integrieren an, wenn dich das interessiert. Das ist super wichtig und kommt ziemlich oft vor. Achtung, diese Regel gilt aber nur, wenn es wirklich eine lineare Funktion ist. Bei sowas wie x² natürlich nicht. So, jetzt müssen wir noch die Grenzen einsetzen von x gleich 0 bis x gleich Pi Viertel und das schreibe ich deswegen so bewusst auf, damit jetzt nochmal klar wird, dass wir diese Zahlen jeweils für das x einsetzen, nicht für das y. Aber logisch, denn wir haben ja auch gerade nach x integriert. Das äußere Integral bleibt weiterhin so stehen und wartet, bis wir mit dem inneren Integral fertig sind. Und das innere Integral wäre dann abgeschlossen, wenn wir tatsächlich diese Grenzen noch in die Stammfunktion eingesetzt haben. Erst setzen wir die obere Grenze in die Stammfunktion ein für das x. So schreiben wir minus. Und wir setzen die untere Grenze für das x ein in dieser Stammfunktion. Die plus 0 kann ich direkt wieder weglassen. Deswegen Sinus von Pi Viertel plus y minus dem Sinus von y. Und diese Differenz muss jetzt schlussendlich noch nach y integriert werden in diesen Grenzen und die Aufgabe ist beendet. Wir fangen von vorne an. Diesmal haben wir zwei Summanden. Das bedeutet auch, wir dürfen jeden Summanden einzeln integrieren. Und was ist Sinus integriert? Entweder hast du es noch im Kopf oder du gehst so ran wie ich und fragst dich, was muss ich ableiten, um auf Sinus zu kommen. Da habe ich mir gemerkt, das ist der minus Cosinus. Oder noch allgemeiner, wenn ich Sinus ableite, kommt irgendwas mit Cosinus raus, ohne Vorzeichenänderung. Und wenn ich den Cosinus ableite, kommt irgendwas mit Sinus raus. Mit Vorzeichenänderung. Das heißt also, was muss ich ableiten, um auf Sinus zu kommen? Naja, den minus Cosinus. Denn nochmal, Cosinus abgeleitet ergibt irgendwas mit Sinus. Allerdings muss das Vorzeichen geändert werden. Von Minus dann eben zu einem Plus. Das passt. Und das gleiche Spiel kann ich mit dem hinteren Summanden machen. Der Sinus integriert ist minus Cosinus, minus Minus wird zu Plus. Das heißt, wir haben hier Plus Cosinus stehen. Gegenprobe, wenn ich Cosinus ableite, diesen Plus Cosinus, dann kommt wieder Minus Sinus bei raus. Jetzt muss ich noch die Grenzen einsetzen, von y gleich 0 bis y gleich Pi halbe. Ich darf allerdings auch, da ich ja summantenweise integriert habe, die Grenzen summantenweise einsetzen. Das hat manchmal einen Vorteil, weil dann Konstanten, wie beispielsweise diese malen Minus 1, hier außen vor gelassen werden können. Zum anderen hat es aber auch manchmal den Vorteil, dass dann ganze Summanden einfach wegfallen, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, wenn man das im Gesamten einsetzt. Im schlimmsten Fall hat es einfach keinen Vorteil, aber es hat auf jeden Fall niemals Nachteile. Fangen wir an, das Ganze im vorderen Summanden einzusetzen, die Pi halbe hier für das y. Dann steht dort Cosinus von Pi viertel plus Pi halbe. Gut, das kriegen wir auch noch zusammengefasst. Wenn wir hier mit 2 erweitern, dann haben wir 2 Pi viertel und 2 Pi viertel plus 1 Pi viertel sind wir bei 3 Pi viertel oder 3 viertel Pi, wenn man das Pi runterschubst vom Bruch. Minus, wir müssen die untere Grenze noch für das y einsetzen. Das heißt, wir haben dort Cosinus von Pi viertel stehen. Und dann haben wir noch einen zweiten Summanden, wo wir ebenfalls Pi halbe und 0 einsetzen müssen für dieses y. Das heißt, wir haben hier noch plus Cosinus von Pi halbe minus dem Cosinus von 0. Und hier wäre es ziemlich praktisch, wenn du dir einige Funktionswerte vom Cosinus auswendig einprägen könntest. Genauso wie vom Sinus, einfach weil die öfter wieder vorkommen. Cosinus von 0 beispielsweise ist gleich 1. Der wäre sehr wichtig zu merken. Aber auch Cosinus Pi halbe kannst du dir merken, denn Sinus von Pi halbe ist gleich 1. Und immer wenn einer von beiden 1 ist, oder minus 1, ist der andere 0. Und umgedreht. Das heißt, wenn der Sinus von Pi halbe 1 ist, der Cosinus von Pi halbe 0, ohne dass ich da weiter groß drüber nachdenken muss. Bei sowas wie Pi viertel und 3 Pi viertel ist es vielleicht ein kleines bisschen komplizierter. Hier habe ich mir aber gemerkt, dass Sinus und Cosinus an der Stelle Pi viertel denselben Funktionswert haben. Die treffen sich da. Und deswegen war es es wert, sich den auswendig einzuprägen, weil ich dann gleich 2 in 1 mir gemerkt habe. Das ist gerade Wurzel 2 durch 2. Bei Cosinus dreiviertel Pi, den habe ich mir nicht auswendig eingeprägt. Stattdessen habe ich aber einige Rechenregeln und Eigenschaften für den Cosinus mir eingeprägt, die mir helfen, dieses Cosinus dreiviertel Pi wieder auf ein Viertel Pi zurückzubrechen. Mal einfach gesprochen. Zum Beispiel gibt es da die Regel der Phasenverschiebung. Wenn ich ein einzelnes Pi abziehe oder drauf addiere, dann ändert sich lediglich das Vorzeichen. Wenn ich jetzt also ein einzelnes Pi in der Klammer hier abziehe, also das Ganze auf minus ein Viertel Pi zurückbreche, dann ändert sich lediglich das Vorzeichen hier zu einem Minus. Außerdem gilt für den Cosinus, dass es eine gerade Funktion ist. Ich kann hier Symmetrie-Eigenschaften nutzen. Ob ich hier positive Zahlen oder negative Zahlen in der Klammer einsetze im Cosinus, das ist vollkommen egal. Ich kann dieses Minus auch einfach weglassen. Das liegt an der Symmetrie-Eigenschaft vom Cosinus. Wenn ich hier den Sinus stehen hätte, dann würde das so laufen, dass das Minus einfach nach draußen gezogen werden kann. Beim Cosinus lässt man es einfach weg. Und Cosinus von Pi Viertel, darüber haben wir gerade gesprochen, das war dieses Wurzel 2 durch 2, was du dir am besten auswendig einprägst. Na gut, damit haben wir alle Puzzleteile zusammen und können das Ganze jetzt schlussendlich zusammenfassen. Wir haben hier in der Klammer stehen Minus Wurzel 2 halbe Minus Wurzel 2 halbe. Wir haben diesen Term also zweimal oder Minus zweimal genau genommen. Das heißt also, es bleibt Minus Wurzel 2 über. Mit einem Minus davor wird wieder zu einer Plus Wurzel 2. Hier haben wir eine 0 stehen und der wurde zu 1. Damit haben wir es. Das Ergebnis ist Wurzel 2 minus 1, also so ein irrationales Ergebnis, aber tatsächlich auch eine sehr einfache Zahl, wenn man bedenkt, dass wir es am Anfang mit so einem Doppelintegral vom Cosinus und solchen Pi-Werten in den Integrationsgrenzen zu tun hatten. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.